Mann, oh Mann, ist das nass hier draußen! Im Jahr 2016 beschlossen Forschende, den breitesten Teil des Atlantiks zu besuchen, zwischen Afrika und Südamerika. Dort ist es ziemlich einsam. Sie waren tagelang unterwegs, ohne ein einziges Flugzeug oder Schiff zu sehen. Es waren nur Delfine und Wale, die vorbeischwammen. Sie waren mitten im Nirgendwo. Aber warum? Sie schipperten direkt über einen der wichtigsten geologischen Punkte der Erde, den mittelatlantischen Rücken. Hier treffen zwei riesige tektonische Platten aufeinander. Tektonische Platten sind massive Puzzleteile, die sich ständig bewegen, auch wenn wir das normalerweise nicht spüren. Sie bilden die Erdkruste und treffen unter dem Atlantischen Ozean aufeinander. Das Forscherteam trieb über den Bergrücken und ließ einige Instrumente runter, die Wellen, Erdbeben und andere Vibrationen aufzeichnen sollten. Ein Jahr später kamen sie zurück, um die Ergebnisse zu sammeln. Sie wollten damit mehr über die Geschichte der beiden Platten erfahren. Aber die Instrumente erfassten noch viel mehr. Anhand der Daten hat das Forscherteam auch einiges über die Zukunft herausgefunden. Ganz unten gibt es eine Schicht aus extrem heißem flüssigen Gestein, die ständig aufsteigt und gegen die tektonischen Platten drückt, wodurch sie sich auseinander bewegen. Das bedeutet, dass sich der Atlantische Ozean jedes Jahr um etwa 5 cm ausdehnt und Europa und Afrika von Amerika wegdrückt. Zur gleichen Zeit schrumpft sein größerer Nachbar, der Pazifische Ozean. Er ist im Moment der größte Ozean mit einer Fläche, die etwa 30 Prozent der Erdoberfläche ausmacht. Seine durchschnittliche Tiefe beträgt 4000 Meter und beherbergt den berühmten Mariannengraben, die tiefste Stelle von allen Ozeanen. Und ja, er schrumpft jetzt um etwa ein fünftel Quadratkilometer pro Jahr. In der Wissenschaft wird sogar angenommen, dass der Pazifische Ozean in Millionen und Abermillionen von Jahren komplett verschwunden sein könnte. Es ist auch der Ort, an dem die Erde am häufigsten bebt und wo sich die meisten Vulkane der Welt befinden. All das verursacht eine Menge Erschütterungen. Platten bewegen sich und alte Teile der Erdkruste werden zerstört. Und der Meeresboden kann nicht schnell genug wachsen, um sie zu ersetzen. Das bedeutet, dass in Zukunft einige große Veränderungen auf uns zukommen werden. Ein paar Zentimeter sind keine große Sache. Aber nach ein paar hundert Millionen Jahren wird es wahrscheinlich einen neuen Superkontinent auf der Erde geben. Australien bewegt sich langsam nach Norden und könnte schließlich mit Korea, Japan und Ostchina kollidieren. Afrika bewegt sich auf. In 50 Millionen Jahren wird es direkt an den südlichen Teil Europas stoßen. Weil das alles sehr langsam passiert, hatte ich die Möglichkeit, mir ein paar Zukunftsszenarien auszudenken. Okay, nicht ich, sondern super gescheite wissenschaftliche Teams mit ausgeklügelten Computern. Das erste Szenario, eine monströse Landmasse, die Novo getauft wurde. Amerika würde mit der Antarktis zusammenstoßen und zusammen würden sie mit Afrika verschmelzen. In der Zwischenzeit wäre Afrika schon mit Europa und Asien kollidiert. Nicht schlecht. Du könntest etwas Geld bei den Flugtickets sparen. Aber für viele Menschen würde das in einem epischen Roadtrip enden, wenn sie an den Strand wollen. Das zweite Szenario ist Ultima. Das klingt irgendwie nach einem Autonamen. Jedenfalls hört der Atlantik in diesem Szenario auf, breiter zu werden. Eigentlich passiert das Gegenteil. Er beginnt sich selbst zu schließen. Dieser neue super coole Kontinent würde vom Pazifischen Ozean umgeben sein. Szenario 3 Aureka Sowohl der Atlantische als auch der Pazifische Ozean schrumpfen, bis sie entweder ganz verschwinden. Oder wie winzig kleine Seen enden. Das Leben in diesen beiden Ozeanen wäre verschwunden. Stattdessen beginnt sich ein neuer Ozean zu bilden, der sie ersetzt. Und der neue Superkontinent? Er hat Australien in der Mitte, mit Amerika und Ostasien, jeweils auf der gegenüberliegenden Seite der kleinen Pfütze, die einmal der Pazifik war. Der Rest des Planeten ist ein einziger großer, unerforschter Superozean. Bewohnt von… wer weiß. Ich werde das nicht mehr erleben. Nummer 4 Amasia Das ist wieder dieses Autoding. Dieses Szenario sagt voraus, dass Afrika, Australien und alle Kontinente außer der Antarktis anfangen sich nach Norden zu bewegen. Sorry Antarktis, sogar der Planet Erde vergisst dich immer wieder. Mehr Glück beim nächsten Mal! In ferner Zukunft ist es vielleicht möglich, einen großen Roadtrip durch alle Kontinente zu machen, oder über die afrikanisch-südamerikanische Grenze zu fahren, oder sogar endlich nach Australien zu kommen, ohne den längsten Flug deines Lebens nehmen zu müssen. Aber wir müssen noch eine Weile warten. Hm, was soll ich in den nächsten 250 Millionen Jahren tun? Ein bisschen Sonnenseite schauen? Tektonische Platten bewegen sich mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten. Manche langsamer, manche etwas schneller. Deine Haare und Fingernägel wachsen in etwa mit der gleichen Geschwindigkeit, wie sich diese Platten bewegen. Stell dir vor, wenn alle auf einem dieser Superkontinente leben würden. Tiere könnten endlich Kontinente überqueren und Arten treffen, die sie noch nie zuvor gesehen haben. Leoparden, Nashörner, Löwen, Elefanten. Stell dir vor, sie wären neugierig genug, um sich auf eine Reise außerhalb ihres Lebensraums zu begeben. Ein Löwe könnte einen Eisbären treffen. Kängurus könnten endlich das Land daueinander verlassen. Und Vögel, die in wärmere Gefilde ziehen, müssten ihre Reisepläne komplett umstellen. Wer weiß, wie das Klima dann wäre. Das Herumspielen mit den kontinentalen Puzzle ist keine neue Sache. Unsere Welt hat nicht immer so ausgesehen, wie wir sie heute kennen. Vor 300 Millionen Jahren hatte unser Planet nicht sieben Kontinente, sondern nur einen. den Superkontinent, der Pangea genannt wird. Pangea war von nur einem Ozean umgeben. Mit der Zeit begann er langsam auseinanderzufallen. Irgendwann waren Südamerika, die Antarktis, Australien und Afrika eine Einheit und Nordamerika und Eurasien eine andere. Mit der Zeit spalteten sich auch diese Kontinente ab und jeder wanderte in seine eigene Richtung. Forschende haben viele ähnliche Pflanzen und Tierfossilien auf Kontinenten entdeckt, die durch riesige Ozeane getrennt sind. Schau dir eine Weltkarte an. Dann kannst du sehen, dass Afrika und Südamerika, wie zwei riesige Puzzleteile aussehen, die perfekt zusammenpassen. Wenn du dir alle Ozeane und Meere auf einer Landkarte ansiehst, sieht es vielleicht so aus, als würden sie einfach ineinander fließen. Als gäbe es nur einen großen Ozean und die Menschen haben den verschiedenen Teilen unterschiedliche Namen gegeben. Das würdest du nicht mehr denken, wenn du an dem Ort wärst, wo sie sich treffen. Der Atlantik und der Pazifik haben eine strenge Grenze. Es ist eine unsichtbare Mauer, die zwei völlig unterschiedliche Welten trennt. Du kannst deutlich die verschiedenen Farben der Gewässer sehen, die sich nicht vermischen. Natürlich gibt es keine Mauer oder eine physische Grenze. Aber die Gewässer sind nicht gleich. Der Pazifik und der Atlantik haben unterschiedliche Dichten, Salzmengen, Temperaturen. Also eine ganze Menge Unterschiede. Die Grenzen, die zwei Wasserkörper voneinander trennen, werden Halokline genannt. Die Linie, die du zwischen dem Atlantik und dem Pazifik sehen kannst, ist hauptsächlich auf den unterschiedlichen Salzgehalt zurückzuführen. So sehen Schichten von Wasser mit unterschiedlichem Salzgehalt aus. Es ist so, als wären sie mit Frischhaltefolie getrennt. Jede mit einer anderen Farbe, weil in ihr unterschiedliche Dinge wachsen. Um eine klar erkennbare Grenze zu sehen, muss der eine Ozean viel salzhaltiger sein als der andere. Willst du aktiv werden und das Salz zu Hause aufbrauchen? Gieße etwas gefärbtes Salzwasser oder Meerwasser in eine Glasschüssel. Dann gib frisches Wasser dazu. Voila! Der Pazifische Ozean ist der weniger salzige Ozean. Das liegt daran, dass dort sehr viel mehr Flüsse hineinfließen. Schwere Flüssigkeiten sind schwer. Also sollten sie auf den Grund sinken. Aber warum ist dann die Grenze zwischen Atlantik und Pazifik eine vertikale Linie und nicht eine horizontale? Erstens liegt der Unterschied in der Dichte dieser beiden salzigen Gewässer, die sie daran hindert, sich zu vermischen. Aber das reicht nicht aus, um einen von ihnen auf den Grund zu schicken, während der andere darüber fließt. Es gibt noch einen anderen Grund und der hat mit der Erddrehung zu tun. Angenommen, du fliegst von Chile nach Neuengland. Wenn du geradeaus nach Norden fliegst und die Erddrehung nicht berücksichtigst, kommst du nicht mal in der Nähe deines Ziels an. Um an den richtigen Ort zu kommen, muss der Pilot eine kleine Kurve fliegen. Das ist in etwa der gleiche Grund, warum sich Strömungen in verschiedene Richtungen bewegen. Die Strömungen im Atlantik und im Pazifik bewegen sich voneinander weg, sodass sie sich an ihrer Grenze nicht wirklich vermischen können, obwohl sie beide nur Wasser sind. Verwirrt? Ja, ich auch. Weibord!